Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Park. Hallo. Er ist noch immer da. Wir haben ihn noch immer nicht loswerden können. Es ist schwer, hat man glaubt. Ja. So hab ich's nicht gesagt. Ich nicke das einfach nur ab. Sehr gut. Ich weiß nicht. Ich brauch's auf jeden Fall. Wo ist dir ein Wald? Unter dir. Alter, hab ich mich grad erschreckt. Muss das nicht eigentlich zwei tief sein? Nein, das ist doch mal. Ja, ist das. Ja, aber das ist ein Raberwald. Na, da. Ja, der. Das ist kein Wald, das sind zwei Bäume. Das sind vier Bäume. Das kannst du sie was sagen. Da machen wir so tiefer. Ich hab die Raberbäume gesehen. Das ist ja. Meins sind Meerbäume. So. Ja, und das ihr noch lebt war wahrscheinlich ein Lake. Verdammt lang. Ich glaub auch. Boah. Alter, wer baut hier die hässlichen Bäume nicht an? Welcher Schülp... Wieso die großen Bäume passen doch eh? Ja, die sind hässlich. Deswegen schaut man nur von oben drauf. Im Prinzip kannst du mir rausstellen, weil ich oben bin. Hast du den? Eben. Ich baue jetzt dein noch ein. Brauch Halt. Was geht dich das an? Nimm Raberwut. Ja. Ich hab keine Idee. Ja. Ja. Ich bin ja sozial und so. Ja, ich weiß. Was? Was? Er hat's gelernt sich rechtzeitig zu mir rufen. Naja. Ich bin jetzt sehr leid. Naja, er kann auch nicht. Er hat auch keine Augen im Rücken. Ich schätze mal... Ja, aber auf jeden Fall so. Die Tür hinter sich hat. Ich glaub du warst das. Er kann ja... Ich hab keinen Blick auf die Tür. Was ist gesagt? Ja, sag ich... Äh, ich war ja schon länger nicht mehr da rein. Ach so, in das ist ganz so awesome. Äh... Er kann sich anders aus deinem Schreibtisch schützen. Er kann sein Schreibtisch verrücken. Das geht's nicht bei mir nicht. Das geht's nicht anders. Naja, vielleicht doch. Bei mir auch nicht. Der Rüse, die fühlen. Der Rüse, die fühlen. Der Rüse. Der Lauren hat ein großes Team. Ich hab dafür den großen Bildschirm. Ich hab dafür den großen Pair. Ich hab dafür zwei. Ich hab dafür zwei. Ich hab dafür zwei. Zu schön. Nein! Bitte nicht! Nein! Was der Fack? Wie kannst du bitte ertrinken? Ja, das ist lustig, wenn man unter Wasser ist. Und dort fängt es an zu mit Herz anbeziehen. Und man kriegt pro Herzschlag wieder runter. Ja, ich weiß. Aber wie kommst du überhaupt so weit, dass du Herzen verlierst? Ich war zu lange unter Wasser. Hey, wo sind meine Sachen? Ja, was auch? Unter Wasser? Nein, das ist ein Futsch. Was liegt da? Auf der Seite sind wir oben gespielt. Boah, da liegt alles. Jesus Maria. Das ist echt dumm. Ja, Lauren. Das ist so geil. Nein. Hey, Lauren. Check uns meine Fieste zu. Und was geht's grad? Gar nichts. Wieder Insider. Jetzt kann ich das verstehen. LOL. Ja. Hey, Lauren. Ich muss auf die Dölle. Hörschens machen. Zu viel des Guten. Nein. Nein. Hörschens, da sind die Gürtel in Expressen. Versteht ja gar nichts. Was? Ja, wir sehen uns trotzdem darüber. Was dagegen? Ja. So lange ich auf meine Klausel kann. Und der Luki, was? Und der Luki, der faule Hunde. Der faule. Wo ist der eigentlich? Skifahren. Ja, das ist wo... Kärnten, Tirol. Kärnten oder Tirol. Kärnten, Tirol. Kärnten oder Tirol. Eins von beiden. Ja, was soll ich das wissen, wenn der Penner hingeht? Und mich alleine lässt. Weil du ja Skifahren würdest. Ich würd snowboarden. Angeblich. Ich hab schonmal gesnowboardet. Einmal ein Bär, kein Unter. Mich hab zweimal aufgeraut, aber es war cool. Nur zweimal? Ich bin stolz auf dich, glaube ich. Nein. Viele Menschen sind stolz auf mich. Ähm. 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 Das hat jungen... Das... Ein vibrierendes Handy. Stimmt. Ja. Ja, das sagt... Das sagt mir aufgelegentlich nach. Aha. Aha. Soviel des Guten wieder mal. Ich hab ne Mine gefunden. Und tritt mich drauf. Und tritt mich drauf. Ha, ha, ha. Pfff. Ja, das war so gut. Le Pan Kuner Rai. Schau, dann findet man einmal Kohle in einer Höhle. Und dann hat man keine Pickaxe mehr. Ich hab ne... Sessibel aneraußen. Sessibel aneraußen. Sessibel aneraußen. Sessibel aneraußen. Da... 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 Hey, ich hab Kohle gefunden. Soll das anbauen? Ja. Ja. Sehr füßiger. Sechs Stück. Zech. Ein bisschen mehr. Apropos Kohle. Ich könnte nur Fackeln machen. Das ist nicht. Na, du hast ein Stück. Einer, du hast ein Stück. Es braucht Glas, Leute. Es braucht Glas. Zuwider. Hey, ich hab ne Iron-Helmet gekriegt. Woher hab ich ne Iron-Helmet? 40 Stück Glas? Äh... Soll deine kurz. Ja, hab ich... Ja, aber ich hab nicht alles genommen. Ich hab mir sechs Stück Glas genommen. Ja, dann nimm mehr. Ich dachte, ihr braucht das selber. Äh... Mach mal. Ja, gut, dann komm ich jetzt noch. Nehm's mal. Ja, aber nicht alles. Das glaubst du. Imster. Nobody can. Ich brauch Brot. Alter. Jetzt ist der Pool schon ziemlich schicker, ne? Dann lass mal sein. Ja, was ist mit dem Brot? Okay, ich komm wieder zurück. Bevor ich steh herabe. Nenn ich mir halt Rottenfleisch. Das sei es. In Kriegszeiten ist man nicht pingelig. Apropos. 12 Rottenfleisch. Das könnte ich essen, um nicht zu krepieren. Naaah. Er käme auf die Idee, was zu essen, um nicht zu krepieren. Ich glaube fast Hitler. Was? 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 Hä? Was sind reden? Ich wäre dafür. Ja. Verdammt, es gibt wirklich keine Stellenbauern. Stimm's. Keine Ahnung. Was? Das muss ich nicht mehr. Es ist nicht... Es ist 1, 2, 5 im Hintergrund. Nein, 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 nein. Also meiner Meinung nach das letzte wirklich große Patriots dahinter. Nein, nein, schon wieder versehbar fett. Weißt du, was man jetzt eigentlich alles machen kann, das Kerl? Hä? Hä? Ja, da waren aber zwei Patriots dazugeschickt. 1 auf 1, 3 und 1 auf 1, 4. Wir spielen bei 1, 2, 5. Lausi, 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 lausi. Maaah, sieh mal. Erzähl kann endlich mit lauf, lausi, lausi. Ich komme nicht um den Gedanken, dass mein Haus aussieht wie ein Penis. Ja, ähm, ähm. Schau mal auf die Map. Das ist keine Absicht. Ja, das ist unbewusst. Eigentlich war es eine Blume, aber ich dachte, ich mache nur ein Drittel, äh, zwei, nein, warte, drei Viertel davon überdacht. Und jetzt, das ist halt ein Penis. Du hast es so gewollt, sag's dir. Komm, bitte. Ah, so. Ja, bauen wir es mit Holz zu. So, jetzt ist der Pool komplett fertig. Das Haus ist zumindest mal bewohnbar. WTF, Pascal? WTF, Pascal? Was ist das? Was ist das? Was soll der Scheiß? Was machst du? Nein? WTF, lauf rein. Das ist mein... Ah, wieso baust du der Holz hin? Wenn ich da drauf komm. Alter, das ist schon komisch was. Herr, auf der Holz hin zu bauen! Alter! Alter! Alter, ich kann ihn nicht mehr. Ja, screw you guys, ich gehe nach Hause. Lassen wir ihn. Er kommt ihn nicht mehr aus dem Haus. Nein. Alter, was soll er? Was? Das passt total. Was? Reiiiiiiiit, schuss. Es regnet, Steiner. Naa. Lado. Was soll das? Lado. Naa. Naa. Ich bin nicht vertrunken, obwohl ich runtergesprungen bin. Sieber, irgendwas hast du... Alter, wer hat sich geflaggt? Wie, der explizit ist. Ah, der kann im Wasser gar nicht explodieren, oder? Doch, aber... Nein! Scheiße! Die letzten Worte. Er kann im Wasser gar nicht explodieren, oder? Nein! Mein Schäden ist fötz! Wenn er im Wasser explodiert, sollte eigentlich keinen Schaden an... Ja, ich hab ihm aus dem Wasser rausgekaut, ich drohe doch. Du... Ja, das... Komm, geben wir Pennen! Das ist ein Mist! Ach Gott! Momentchen! Ich hab zu suchen mit! Ja, wir haben mitbekommen, dass du wieder bist! Zum Zweiten! Toll, das Ganze fällt kaputt! Ja! Ach Gott, mach das niemand, dann muss ich alles ausgeschneiden! Nein! Das ist... ein Cut! Direkt das Cut! Das heißt, das gibt's nicht mehr. Dann kann ich's nicht nehmen, wirst du... Doch, ich hab's nicht mehr... Ich hab's nicht mehr... Das ist die Wiese! Maschine ist fötz! Ach, du kannst du... dumme Grippeln! Oh... Nein, nicht so klein. Das gibt's nicht. Ach, das ist Zeitsmilz auch nicht, ich wettet mal auf. Auf jetzt, Sarah! Ja, Zeit vergeht. Nein, nicht ganz mehr. Zeit vergeht trotzdem. Achso, wir nehmen dann auf, sonst müssen wir... Zeit ist relativ. Nicht so relativ wie du. Ah, ha, ha, ha. Reicht das? Sorry einmal, ich habe ein Skelet. Das ist immer zu viel. Nein, nicht nur eins, da sind vier Skelete oder so. Scheiße, scheiße. Wenn du Knochenmehl brauchst, ich hätte sieben Knochen gehabt. Ich hätte 27 Knochen. Bist du dir bei mir zugekauft? Ich hätte 27 Knochenmehl gehabt. Puh. Ja, das ist nicht so. Sterbe. Sterbe. Nicht. Was kommt mir mit? Kannst du mir mal Getreide geben? Ich kann dir Brot geben. Oder wüsst du nichts mehr? Nein, kein Brot. Ich wüs aber noch vorlachen. Wie viel? Na, warte, ich zeig dir was. Wie viel? Gib mir mal alles. Alles. Ja, so die Box hier fürs Brot? Ja, schau her. Da, Project Table. Nein, dem linken Project Table. Ja, ja. 3. Und jetzt drückst du einmal da oben drauf und hast alles Brot und die Vorlage lassen drinnen. Wie? Was hast du jetzt gemacht? Ach so. Unten das Getreide reinlegen. Einmal schieft linksklick auf das Brot und sämtliches Getreide, was dringend ist, wird zu Brot gemacht. Geil, hast du gesprochen. Kannst du mir auch was von dem Brot geben? Mehr und eins. Die hinter dir. Ein Brot. Es ist nur eins, du stehst dahinter. Hinter dir ist nur eins. Eins, zwei, drei. Ich glaub, das ist schwierig, wenn es sein muss. Stipp, stipp, stipp. Du bist da. Wo? Wenn du sagst, in der Fabrik. Wo? Was? Wo? Überhaupt. Du, dass Mamanstein nicht bricht. Scheiße. In der Fabrik, hab ich gar gesagt. Ich hab's ja gewusst. Ich nehm mir alles. Ich nehm mir alles. Nein, meine Sachen. Meine ganzen Sachen. Schau's mit. Nein. Du Arsch, das gibt mir so jetzt da. Oh mein Gott, Stein und Stein. Das hab ich alles abbaut. Und? Wo gehört? Ich brauch das. Kannst bitte den Marmor endlich wieder reingeben. Ich hab keinen. Du musst ein Sinn haben. Oder zwei. Mehr hab ich nicht. Das sind vier Stück. Boah. Das sind sogar mehr als vier Stück. Das sind sechs Stück. Krass für dich. Ich hoffe das aber nicht. Creeper explodieren und vernichten Sachen. Das ist nicht gewusst. Naja, wenn ein zweiter Creeper dann auf dein Zeuge fliegt, dann ist es weg. Ja, aber wenn nur einer explodiert, dann ist es... Na, das vernichten wirklich so. Ja, eh. Aber sie vernichten nicht, wenn du durch die Explosion spielst. Schau, wenn das in deinem... Wenn da Zeug liegt, dann ist es weg. Aber wenn das noch in deinem Tal ist und durch den Tod rausfällt, dann ist es nicht weg. Ich will wissen, wo mein Mama ist. Wo mein Mama ist. Nein, woher dein Ex? Nein, ich hab keine Peacaxe. Keiner mehr. Zeit, Zeit. Relativ Zeit. Zeit, 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 Zeit. Bitte stark, bitte stark, bitte stark, bitte stark. Nein, Gott, ich bin ins Bett gesprungen. Und da renn ich durch. Aber das ist geil, seid jetzt schon wieder online. Eh, Bart, das ist zu Ende. Mach mal nur... Mir. Okay, also, tschau, bis zum nächsten Mal. Auf, dann.